Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich wurde von Herrn Lübcke, Frau Paul und Herr Bischof schon alles gesagt. Das ist eine verhältnismäßig zum Haushalt, eine verhältnismäßig kleine Summe, aber eine symbolisch wichtige Summe für eine symbolisch ganz wichtige Sache. Und in dem Sinne schließt sich die Piratenfraktion diesem Antrag ein und ich schließe ab mit einem Plus Eins und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lamna. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schwerfer. Vielen Dank.